Was sind die Vorteile eines Schulbesuchs für Blinde und Gehörlose? Eine Schule für Blinde und Gehörlose bietet eine besonders persönliche Chance für Schüler mit sensorischen Einschränkungen, eine bessere Ausbildung zu erhalten. Schulen für Gehörlose und Blinde versuchen, denselben Lehrplan anzubieten, den die meisten öffentlichen Schulen für Lesen, Schreiben und Mathematik anbieten, und sie ermutigen die Schüler, sich an Sport und anderen außerschulischen Aktivitäten zu beteiligen. Häufig ist das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern niedriger als in öffentlichen Schulen. Außerdem wird mehr Geld für die Schule bereitgestellt, um die verfügbare Technologie zu verbessern und den Komfort und die Bequemlichkeit des Lernens für die Schüler zu erhöhen. Diese Schulen sind manchmal für Blinde, Gehörlose oder Taube und Blinde vorgesehen. In einer Schule für Gehörlose oder einer Schule für Blinde fühlen Eltern und Erzieher in der Regel, dass die Schüler mehr davon profitieren, wenn sich die Schule auf die spezifische Beeinträchtigung eines Kindes konzentriert, anstatt es Schülern mit unterschiedlichen Arten von sensorischen Beeinträchtigungen zu ermöglichen, gemeinsam zu lernen. Diese Schulen sind für einige Schüler eine beliebte Alternative zum Homeschooling, auch wenn die Gesamtzahl der Schulen für Blinde und Gehörlose aufgrund medizinischer Fortschritte, die die Ursachen für Blindheit und Taubheit verringert haben, wie Immunisierungen gegen Masern, zurückgegangen ist. Pädagogen versuchen oft, Eltern Optionen für Schüler mit einer sensorischen Beeinträchtigung anzubieten. Eine solche Option ist, obwohl selten, eine Tagesschule für Gehörlose oder Blinde, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse eines Schülers eingeht, während der Schüler bei sich zu Hause wohnen kann. Einige Schüler nehmen an einem Programm teil, das manchmal als Mindstreaming bezeichnet wird. Dies ermöglicht den Schülern den Besuch von allgemeinbildenden Kursen, aber auch die Teilnahme an speziellen Kursen, die auf sensorische Beeinträchtigungen abzielen. Einige Schulen bieten Klassen an, in denen ausschließlich Gehörlose oder blinde Schüler untergebracht werden. Der Besuch einer allgemeinbildenden Schule kann sich positiv auf die Ausbildung eines Schülers auswirken, aber häufig gibt es keine oder nur unzureichende Möglichkeiten für außerschulische Aktivitäten für sensorisch behinderte Schüler. Natürlich ziehen es einige Eltern vor, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten oder jemanden einzustellen, der sie individuell unterrichtet. Eine Schule für Blinde und Gehörlose kann manchmal ein Internat sein. In dieser Art von Schulen bewegen sich die Schüler in der Regel vom Kindergarten bis zum Gymnasium und leben einen Teil des Jahres oder manchmal das ganze Jahr über auf dem Campus. Diese Schüler sind in der Regel in Grundschule, Mittelschule, Gymnasium und Sonderpädagogik unterteilt. Das Verhältnis von Schüler zu Lehrer ist normalerweise nicht viel höher als 20 zu 1. Die Schüler interagieren miteinander und mit Pädagogen, um den akademischen Lehrplan sowie die Lebenskompetenzen zu lernen, die erforderlich sind, um nach dem Abschluss im Erwachsenenalter erfolgreich zu sein. Nicht alle Schüler profitieren notwendigerweise von einer Schule für Blinde und Gehörlose. Während des Besuchs einer Schule für Blinde und Gehörlose werden die Bedürfnisse der Schüler individuell berücksichtigt, so dass sie nicht nur lernen, sondern auch mit der ganzen Welt kommunizieren und interagieren können. Die Lehren aus dem Leben, die in einer Schule für Blinde und Gehörlose gezogen werden können, sind oftmals einzigartig und für sensorisch Behinderte von unschätzbarem Wert. Die Lehren aus dem Leben